Zwei Typen da auf der Straße sahen ziemlich komisch aus. Wie sieht es aus? Möchtet ihr etwas trinken? Nee, eigentlich nicht. Wir wissen jetzt ja, dass der Kommandant der Wache wohl nicht mehr in der Stadt ist. Zur Abwechslung ist heute mal ein guter Tag. Das Ungeziefer in den Minen ist vernichtet und viele können wieder zur Arbeit gehen. Eine gute Nachricht für alle Beteiligten. Gibt es etwas Neues von den Verantwortlichen? Ihr meint die Helden? Klar, den Namen Gerogon habe ich gehört. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt oder nicht. Die Geschichte wird ja mit jedem Erzählen beeindruckender. Als ich sie hörte, waren die Helden schon drei Meter groß und benutzten Baumstämmer als Stöcke. Nee, wir benutzen unser Bastardschwert. Aber das finde ich schön. Wenigstens ein NPC hat darauf reagiert, dass wir die Minen befreit haben. Entschuldigung. So, und ihr seid alles nur Dorfbewohner. Ihr da, ihr kommt mir irgendwie bekannt vor. Sieht aus wie die Gruppe, die die Mini gestürmt hat. Jedenfalls passt ihr auf die Beschreibung, die mir mein Bruder Emerson gegeben hat. Und wenn schon, wenn ihr es nicht seid, ist es auch egal. Ich möchte mich nur bei jemandem bedanken. Wir können auch ein bisschen stolz sein auf das, was wir geleistet haben. Also sagen wir, es war mir eine große Freude, euch zu helfen, dem einfachen Mann. Bei solch einer Schuckerei konnte ich doch nicht zusehen. Kein Wunder, dass ihr in die Mine abgestiegen seid. Ihr seid ja auch völlig verrückt. Na, solange das jetzt erledigt ist, macht es ja auch nichts, dass der Helm bei euch zu eng sitzt. Ähm, danke. Also wie wäre es, wenn ihr euren gerechtfertigten Zorn jetzt gegen die Räuber im Norden richtet? Bis die Handelsstraßen nicht frei sind, kann in den Großteil der Gegend kein Eisen geliefert werden. Ja, da reicht mir den kleinen Finger und schon wollen sie den ganzen Arm, hm. Aber gut. Ein wirklicher Hinweis, wo der Kommandant ist, haben wir aber nicht bekommen. Er wird sich irgendwo im Umland rumtreiben, denke ich mal. Ja, auf dem Jammert ist er bestimmt nicht geflohen. Hm. Na gut, dann gucken wir uns erstmal in dem Gebiet hier um und gehen dann nach und nach um Naschkel rum. Das heißt, wir müssen da oben hin. Allesamt dahin. Hoffentlich treffen wir unterwegs nicht wieder diesen Nober, oder Nuba, wie der heißt. Der ist recht nervig. Aber ich glaube, den haben wir woanders abgehängt. Oh, da bist du. Oh, nur ein paar Bauern, die rumstehen. Wo würde ich hinlaufen, wenn ich der Kommandant der Wache wäre und mich dafür schäme, was ich getan habe? Oder wenn ich total wahnsinnig geworden wäre? Hm. Es wird echt schwierig werden, den zu finden. So. Na gut, das werde ich jetzt größtenteils wohl auf Kamera machen. Ich tapsele hier nur durch die ganze Wildnis und decke die ganze Karte auf. Sobald ich irgendwas Interessantes finde, melde ich mich aber wieder. Oh, hat ja nicht allzu lang gedauert. Also wir sind jetzt einfach hier nach oben getappert. Sind hier auf einen einzelnen Hopkoblin gestoßen, der aber ziemlich zäh war. Also muss das eher eine Elite gewesen sein oder ein Veteran für den Hopkoblins. Und kaum wollen wir hier den Gebirgsfass lang, kommst du ja nächste Trupp. Diesmal nicht einer, sondern gleich ein paar mehr. Mal gucken, ob das auch so zäh wie es da sind. Oh, vier. Nö, die fallen schnell. Ich habe hier schon irgendwo ein Lager in der Nähe zu sein. Zumal so abseits von der Straße. Obwohl, hier waren ja auch Hopkoblins. Das ist ja die Straße, die total belagert war. Ja, also hier Hopkoblins, Räuber, Kreisschlinge. Auf unserem Weg nachstellen, die wir getroffen. So, und dich auch noch. So, plündern. Denn wir brauchen noch eine Menge Gold, um uns die magischen Sachen zu kaufen. Ich erinnere mich da an, die eine Rüstung für 12.000 und den Dolch für 10.000 und dergleichen. Da werden wir noch eine ganze Weile dran knabbern. So, alle schön zum Minsk. Der kann auch viel tragen. Sollte ich gleich mit ihm auch looten. Macht mir Sinn. Schauen wir uns mal kurz hier in der Gegend um. Und wenn da keine mehr sind, dann erforsche ich weiter das Gebiet alleine. Ist ganz schön verwinkelt hier. Perfekt für Überfälle und dergleichen. Wir haben sich schon ein gutes Gebiet ausgesucht. Aber, das scheint es vorerst gewesen zu sein. Ah, Kreisschlinge. Aber das ist schon komisch, dass direkt nördlich der Stadt so viele Bieste, die ihr Unwesen treiben. Zumal die Stadt ja sehr gut bewacht ist von den ganzen amnischen Soldaten. Na komm, mach Platz. Hier war das andere Goblin-Lager. Kann das wohl ein Spähtrupp von da gewesen sein oder so? Hier ist die Banditenstraße. Jedenfalls werde ich sie ab sofort so nennen. So viel wie hier los war. Oh, da grunzt was. Oh. Ein ganzer Tropkowolder. Okay. Oh, 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 oh. Ganz ruhig. Na. So, schnell die Heilung. Gerogon benutzt mal seine neue Fähigkeit. Auch auf Khaled. Khaled selbst geht den beiden mal entgegen. Obwohl, nee. Erstmal seinen Heiltrank trinken. Und der Rest greift an. Genau, wenn es klingt, ja, schmeißt Po entgegen oder so. Ihr könnt ruhig nach zehn, Mädels. So. Oh, haben wir noch alles im Griff. Ja, fliegt ihr kleinen Ratten. Aber nicht so schnell. Okay. Er hat moralisches Versagen. Also er flieht und trotzdem schießt er weiter. Der schlägt mit den Fäusten. Auch nicht schlecht. So, und das nehmen wir mit. Hm, zu weit weg. Okay. So, Minses, sammeln wir mal ein. Aber ja, definitiv die Diebesstraße. Kann man keine fünf Schritte machen, ohne von irgendeinem angefallen zu werden. So, ist die jetzt nah dran? Ja. Alles zu ermolnen. Die hat einen hohen Verbrauch da dran. So. Aber ich denke nicht, dass der Kommandant sich hier irgendwo rumtreiben würde. Außer er hat die Seiten gewechselt. Dann könnte sich welche Liebesbande angeschlossen haben. Aber unsere Spekulationen bringen uns nicht wirklich weiter. Sollten wir mal über den Rest hier erforschen. Wohl, hier ist nicht mehr viel. Na gut. Ich decke jetzt mal das hier auf. Gehe dann da oben zu dem kleinen Pfützel. Und mache mich dann dran, das hier aufzudecken. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Wie ihr sehen könnt, bin ich fleißig gewesen. Ich habe also alles aufgedeckt. Wirklich viel gefunden habe ich nicht. Also hier wurde ich von ein paar Gieberlingen überfallen. Hier unten sowas ähnliches wie in der Höhle haben wir noch gefunden. Aber es war kein Eingang zu finden. Jedenfalls kein begehbarer Eingang. Und jetzt haben wir gerade mitten am helllichten Tage diesen Gug hier gefunden. Und er kreischt auch wie ein Mädchen. Scheinen die wohl alle gleich zu haben. So. Ah, genau. Und wir haben hier hinten wohl einen eigenen Siedler gefunden. Er sah sehr zerlummt aus und hat vor sich hin gebrabbelt. Deswegen haben wir ihn erstmal allein gelassen. Aber jetzt sind wir doch neugierig geworden, ob er vielleicht irgendwas zu erzählen hat oder nicht. Also sprechen wir ihn einfach mal an. Das hört sich nicht gut an. Er scheint krank zu sein. Na gut. Hä? Wer? Runter von meinem Grundstück. Ihr Eindringlinge. Hartes Eremitenleben, wenn einen die Leute immer mit Fragen nach dem Sinn des Lebens belästigen. Lest doch einfach ein Buch. Portalbänder winden befiehlt es so. Portalbänder. Hm. Entschuldigt, dass ich euren Frieden störe. Ihr seid ohne Zweifel so isoliert, weil ihr alleine bleiben wollt. Hm. Auf jeden Fall. Das und meine seltsamen Angewohnheiten. So wie halbnackt durch die Gegend zu laufen und mit sich selbst zu sprechen vielleicht. Ja, das könnte sein. Außerdem haben die Leute nichts gegen Ratschläge, wenn sie sowieso welche brauchen. Aber es geht ihnen dann doch auf die Nerven, wenn eine andauernd Sprichwörter und Volksweisheiten von sich gibt. Das ist schlimmer, als wenn eine Laus über die Leber läuft. Versteht ihr? Na? Na? Puh. Es macht wirklich keinen Spaß, euch anzusehen. Ähm, ja nö, das brauchen wir nicht unbedingt. Eure Beleidigungen sind fehl am Platze. Ich wollte nur sprechen. Und ihr hättet nur Nein sagen müssen. Ich werde jetzt also gehen. Wartet noch. Es tut mir leid. Ihr habt meine Worte missverstanden. Ich bin manchmal etwas unverständlich, will mich jetzt aber klar ausdrücken. Ich meinte, dass man eure Aura kaum ansehen kann. Ah. Sie ist so außergewöhnlich instabil. Ihr seid buchstäblich nicht mit euch selbst im Reinen. Und so etwas wie euch habe ich noch nie gesehen. Aber das kann auch daran liegen, dass Menschen eures Schlages nicht besonders lange leben. Also Abenteurer, oder was meint ihr jetzt? Ich würde euch ein gewaltsames Ende prophezeien. Aber ich kann eure Zukunft nicht sehen. Du kannst normalerweise die Zukunft von Menschen sehen? Hm. Es sieht so aus, als sei eure Münze auf der Kante zum Stehen gekommen. So. Genug geredet. Ich habe jetzt schon zu viel von eurer und meiner Zeit verschwendet. Geht jetzt. Okay. Also erst verhält er sich wie ein komischer Kauz. und dann erzählt er von Zukunft und Auren und was weiß ich. Und dann wird es also interessant. Dann will er nicht weiterreden. Nee. Er sagt nur nochmal das Gleiche. Komischer Kerl. Wir sollen mit uns selbst im Unreinen sein. Hm. Nun ja. Gehen wir weiter. Also das Gebiet haben wir jetzt fast abgedeckt. Gehen wir ins nächste. Auch wenn wir uns nicht allzu lange mehr damit beschäftigen sollten. Also mit der Suche nach Prage. Weil einfach ziellos in der Wildnis herumzulaufen ist nicht gerade Sinn des Ganzen. Das heißt das nächste Gebiet machen wir noch. Und danach schauen wir uns anderweitig um. Vielleicht läuft er uns ja noch so über die Quere. So. Dann gucken wir mal. Hm. Südlich von Naschkel. Ja. Hier haben wir noch jede Menge zu erforschen. Und... Es ist auch gebirgig. Ja, das letzte Gebiet war recht... Vielversprechen sind wir. Ja, das ist doch schön. Das letzte Gebiet war ja recht gebirgig und deswegen schwer alles aufzudecken. Überall verwinkelt und Rampen nach oben Rampen nach unten. Okay. Dafür haben wir hier überall Wälder. Aber gut. Ich mache mich wieder dran, das Gebiet zu erforschen und melde mich, sobald irgendwas Interessantes passiert. ähnter. Irr!